Oh, Eintracht Frankfurt, DFB-Pokalsieger, Europa-League-Sieger, Bundesliga-Gründungsmitglied und auf der ewigen Tabelle Platz 8. Heute sind wir vor Ort und testen das wunderbare Essen, das Bier und schauen dabei noch ein tolles Spiel in der Commerzbank Arena gegen den VfL Bochum. Viel Spaß! Das ist cinematisch, wirklich, das ist Cinema. Wir müssen das jetzt alles austrinken. Wir haben noch genau, um 34 kommt der Zug, genau, 20 Minuten, dann müssen wir los. Schmitzi muss schon auf Bechern fragen, wir schaffen es nicht, wir müssen jetzt in den Zug, scheiße. Ja, bitte. Wir haben es geschafft. Ja, wir nehmen zwei Pils. So, so, so. Grüßchen! Was denn das, Krombacher? Servus, alles klar? Hi! Wie findest du es dir? Ist das der Skrombacher? Das ist der Skrombacher, ist gut. Ich finde es tatsächlich schlechter als Bitburger. Ganz ehrlich, ich habe vorher auch VitaVet getrunken, da verfälscht es ein bisschen das Ergebnis. Da schmeckt sie sich jetzt erst mal eine Pizza gefetzt, Digga. Kann man die auch schneiden? Alter, die Rinde. Ist das geil? Ja, die Baumrinde. Ach, ist die lecker. Ach, ist die krass, ne? Ach, ist die geil. Ab nochmal. Fass. Ist das auch lecker? Mhm. Der Rahmen ist ja richtig wie in einer Pizzeria. Alter, der Rahmen ist null fest. Du musst noch nicht mal beißen, dann kannst du ihn mit der Zunge zergehen lassen. Alter, das ist krass. Also wir haben hier direkt am Bahnhof, da noch Läden, da noch Läden und da noch einen geilen Imbiss, das sieht schon machbar aus. Ja, wir haben hier auch übrigens Shops und Essen und sowas. Und, aber wir haben noch unser Ding und Schmitzi genießt das Ding richtig. Fertig. Vier. So Freunde, bevor es jetzt hier richtig losgeht, ne kurze Auffrischungsstunde zum Verein Eintracht Frankfurt, welche Stand jetzt vor dem 26. Spieltag auf dem 6. Platz sind. Sie campen um Europa und spielen gegen Borup, welche um den Abstieg campen, meine Freunde. Wie auch viele andere Vereine wurde die Eintracht Frankfurt aus einer Fusion zweier Vereine gegründet. Die beiden Kontrahenten, der Frankfurter Fußballklub Viktoria von 1899 und Frankfurter Fußballklub Kickers von 1899 fusionierten 1911 zum Frankfurter Fußballverein. Allein aus namenstechnischen Gründen hat das, glaube ich, Sinn gemacht. Aber auch aus fußballerischen Gründen, denn dadurch hatten sie wirklich die besten Fußballer der Region zusammen und dominierten. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch mit den Mitgliederzahlen. 800 Stück schon zu der Zeit. 12 Fußballteams konnte der Verein stellen und auch andere Sportarten wie Cricket und Hockey waren vertreten. Das war auch der Grund, warum der Verein bei der höheren Gesellschaftsschicht, also der Oberschicht, sehr beliebt war. Doch bis die großen Erfolge vom Verein eingefahren wurden, musste noch etwas Zeit vergehen. Sie wurden zwar einmal deutscher Vizemeister und holten sogar die Süddeutsche Meisterschaft, aber für mehr reicht es noch nicht. Wie viele andere Vereine auch, litt die Eintracht unter dem NS-Regime und vor allem deren Rassenpolitik. Viele Spieler mussten an die Front und auch ihr Stadion brannte zu der Zeit wegen der Bombardierung vollkommen ab. Zu dieser Zeit wurden aber auch die 16 Gauligen gegründet. Viele fragen sich bei meinen Videos immer, was das eigentlich ist, aber es ist eigentlich richtig. Das Deutsche Reich wurde in 16 Gauligen aufgeteilt. Das sind alle jeweils regionale einzelne Ligen gewesen. Die Sieger dieser Ligen kämpften dann danach in jeweils vier Vierergruppen um den Gruppensieg. Und diese Sieger wiederum kämpften letztendlich um den Gesamtsieg, also um die Deutsche Meisterschaft. Quasi ein riesiges Turnier. Easy, oder? Bald war es dann aber so weit. Deutsche Meisterschaft. Die Eintracht holte sich den Titel in Berlin und dann noch gegen den Erzrivalen im Finale, gegen Kickers Offenbach. Dies hatte sicherlich auch einen Einfluss darauf, dass Frankfurt drei Jahre später Gründungsmitglied der Bundesliga wurde. Und in der ersten Saison direkt den dritten Platz belegte, was auch wirklich super war. Aber es sollte noch lange dauern, bis sie ihren ersten Bundesliga-Titel holten. Vorher stiegen sie ab, sie stiegen auf, sie stiegen nochmal ab, obwohl sie so gute Fußballer hatten wie unter anderem JJ Okoccia. 96 war es dann aber an der Zeit, zweite Liga-Baby. Da waren sie dann ein Jahr lang in der zweiten Liga, holten dann aber auf direkt den Titel in der zweiten Liga und stiegen auf. Und danach schon wieder ab. Finanzielle Schwierigkeiten prägten den Verein. Die Sponsoren sind in letzter Sekunde abgesprungen, Millionen von Schulden und Lizenzfehler kamen auch noch dazu. Frankfurt war so knapp davor, zwangsabzusteigen in die Amateurliga, wie Hertha jede Saison den Abschick heutzutage kämpft. Das prägte wirklich die Frankfurter von den 90ern bis in die 2010er Jahre. 2018 kam es, der Umschwung. Der Gewinn des DFB-Pokals nach über 30 Jahren wieder. Und verrückter konnte es kaum werden, ihr erinnert euch bestimmt, dass war Frankfurt im Finale gegen Bayern der aktuelle Trainer von Frankfurt, Niko Kovac. Und der Trainer von Bayern für die nächste Saison schon durchgesiegert in der Presse, auch Niko Kovac. Somit war richtig Feuer irgendwie im Spiel und in den letzten Minuten gab es noch eine große Elfmeter-Entscheidung, die gegen die Bayern entschieden wurde. Sie hätten damit einen Elfmeter bekommen, den Ausgleich hätten machen können. Ihn aber nicht bekommen sollte nicht sein. Frankfurt gewann immerhin den DFB-Pokal und somit ging die aktuelle bessere Ära des Vereins wieder los. 2022, also erst vor kurzem, konnten sie sogar die Euroleague gewinnen. Heute steht der Eintracht folgende große Titel zu Buche. Einmal deutscher Meister, fünfmal DFB-Pokalsieger und zweimal gewann sie die Europa League. Wir haben die ersten Fan-Predictions von? Michael Kappes. Was tippst du? 3-1 auf die Eintracht. Warum hast du den Nachnamen genannt? Einfach so? Soll ich ihm piepsen? Nee, kann's lassen. Was tippt ihr, Jungs? 2-0 Eintracht. 4-1 Eintracht. Trotz Länderspielpause? Ja, Kolo trifft heute. Grüße gehen raus an Noah Fiedler. Geil. Bämbel in den Morfucker. Wir trinken das erste Mal in Frankfurt Bämbel. Weil, nicht das erste Mal, ich hab's schon in den Worms getrunken, mir wurde gesagt, in Frankfurt bämbelt man. Das ist Wein mit Apfel. Apfelwein, Freunde. Das säuft man hier viel lieber als wir. Wir haben uns schon vor dem Stadion geholt, weil man gesagt hat, es schmeckt vor dem Stadion besser. Und das findest du gut, ja? Boah, schmeckt das räudig. Boah! Wer hat uns verarscht, Digga? Ja, also uns wurde ja gesagt, im Stadion ist da mehr Wasser drin. Das schmeckt so sauer, räudig, eklig. Ja, das ist auch schlimm, Alter. Digga, das kann ich nicht trinken. Das? Nee. Selbst, wenn wir das trinken, da packen wir das. Das geht nicht, keine Chance. Das ist wirklich eklig. Da hilft noch nicht meine Paffung Elograns. Das ist wirklich, das haben wir bei dem grünen Stand näher dem Bahnhof getroffen gekauft. Das ist einfach nur räudig, Digga. Boah, das ist wirklich widerlich. Nee, Digga, das kannst du vergessen, dass wir das trinken. So, Freunde, wir haben es jetzt ungefähr eine Stunde vorm Spiel. Wir gehen rein. Ich hoffe, wir können gut was essen. Ich hoffe, wir können gut was trinken. Was tippst du? Spiel. Nein, ob Amerika den Dollar loslässt. Stuttgart, Gladbach, wir sind ja in Stuttgart. Ich sage, 2-0 Frankfurt. Alles klar. Frankfurt ist viel zu stark. Bochum, sorry Mooba, aber Exen kann ich auch so. Ich sage, heute gibt es 1-1. 1-1. Was sagst du, wie es ausgeht? 3-1. 3-0. 2-1, Bruder. Es wird ein glattes 2-0. 2-0 Frankfurt. Hey, Benti. Wie geht es aus? 2-0 für Frankfurt. Wunderbar. Gute Fotowachen. Ja, klar. Erst musst du sagen, wie es viel ausgeht. 2-0. Auch 2-0. Wunderbar. Wie geht es aus? 3-1. Wie viel Promille? Hier, hier, hier. 2, 8, Nummer 3. Zu viel. Wie geht es Spiel aus? 3-0. 3-1. 3-1. 3-0. 3-0. 3-1. Das ist fast so rot wie der Betze. Oder wie die A-Lanz Arena. Allianz, Lanz, Markus Lanz Arena. Fanmobil! Dankeschön. Dankeschön. Also qualitätsmäßig sind die wirklich saugut, die Schalls. Der Druck ist sehr, sehr stabil, wirklich. Und die Qualität fühlt sich richtig gut an. Was gibst du 1 bis 10? Du bist heute der Quizmaster. Darf ich aber negativ nicht sagen? Ja, natürlich, klar. Der Verkäufer hat gemeint, ich soll nichts mehr trinken. Größte Quatsch. Das ist Quatsch, ja. So. Stadion war es, das ist aber Quatsch jetzt, oder? Das ist Quatsch. Aber wir gehen an die Adlerbar. Ey, ich will eine Wurst. Ich will einen Adler. Ja, dann holst du Bier, ich holt Essen, ja? Hallo. Ja. Ey, ich hätte gerne eine Bratwurst. Dankeschön. Mehr. Links oder rechts? Welcher Spieler? Links oder rechts? Äh, rechts. Götze. Eigentlich Guter. Oh, ist okay, ist gut. Weltmeister ist safer. Andere war Kamada. Äh, da bin ich fein mit, Jäger. Mittelfelddefensive, aber gut. Dankeschön. Nimmst du Götze. Brötchen sieht gut aus, schön groß. Hätte mehr getoastet sein können, bin ich ehrlich. Hier ist es sauvoll. Boah. Schmeckt nicht so geil, bin ich ehrlich. Brötchen und Wurst schmecken zu sehr von der Stange. Schmeckt nicht, nee. Schmeckt wirklich zu normal. Kein Knall, kein Knack, keine Würze dabei. Fährte her wie ein jucktes Brötchen. Ich habe gerade das Bier probiert. Du hast dich vorher noch beschwert über den Blebo vom Hanne, ne? Trink das mal. Also ich habe jetzt ein Kompl... Also das ist ja... Also man muss sagen, wenn man aus dem Zug aussteigt, das Bier, was wir da getrunken haben, Boah, Weltklasse. Und die Pizza, Weltklasse, aber das Bier... Das ist Kronbacher, das ist das Problem. Nein, das Problem ist, dass es minus 14 Grad ist. Alter, das schmeckt wie... Achso, danke. Ja. Du hast Kamada? Kronbacher! Ich habe eigentlich Götze gewonnen, aber jetzt kriege ich Kamada. Boah. Boah. Eiskalt. Schmeckt wie im Zug her. Zug her. Kronbacher ist nicht geil, wirklich. Kronbacher und Wittbucher sind beides gleich scheiße. Boah, das tut mir voll leid, das zu sagen, aber es schmeckt nicht gut. Das Waldstadion. Aktuell aber unter dem Namen Deutsche Bankpark bekannt. Natürlich wegen dem Sponsoring. In dem Ding steckt ordentlich Geschichte. Also theoretisch. Denn 1925 wurde der Lachs hier schon eröffnet. Häufiger aber immer wieder umgebaut, beziehungsweise sogar neu errichtet. Für die Fußballwähre. Hier mal ein kleiner Steckbrief. Grundsätzlich wurde das Stadion 1925 erbaut. Da hatte das Ding eine Schwimmanlage, eine Fahrradbahn und gekickt wurde hier natürlich auch. Der Luke erinnerte hier sehr an die antiken griechischen Theater von früher. Und das Stadion wurde nach dem Krieg sogar einmal von den Amis beschlagnahmt. Und hieß in der Zeit nicht mehr Waldstadion, sondern Victory Stadium. Fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall ging das Stadion dann auch wieder an die Deutschen über. Und hier durfte wieder deutsche Turniere gespielt werden. Unter anderem auch ein deutsches Durcheinander. Denn 50.000 Zuschauer passten hier eigentlich rein. Für ein Spiel, damals gegen den 1. FC Kaiserslautern, wurden aber 70.000 Tickets verkauft. Es kam zu Schlägereien mit über 200 Verletzten. Weil sich die Leute mit den Tickets, welche allzu viel verkauft wurden, gewaltsam Zutritt verschaffen wollten. Das konnte dann natürlich nicht so bleiben. Es fand eine Modernisierung statt und nun passten knapp 80.000 Zuschauer ins Stadion. Und wie ihr seht, war das damals natürlich noch was ganz anderes als heute. Mit den ganzen Stehplätzen, das ist ja nicht wie heute mit den Stadien. Das Stadion hatte dann sogar eine Eisbahn bekommen. Das war in Frankfurt sehr beliebt, weil man sie eben neben den Wettkämpfen, die dort waren, auch öffentlich, privat zum Laufen benutzen konnte. Der zweite Umbau des Stadions war dann für die nächste WM angesetzt und zwar 1974. Das wurde dann dafür quasi wirklich fast neu gebaut. Das ganze Ding wurde abgerissen und ein Stadion, was sich echt sehen lassen konnte, in der Haupt- und Gegentribüne wurde gebaut. Aber wie ihr seht, das sieht noch nicht mal im Ansatz so aus wie heute. Und da sprechen wir schon von der nächsten WM in unserem Land und zwar 2006. Dafür wurde das nochmal umgebaut. Und wirklich nicht umgebaut, theoretisch das ganze Ding ist ja komplett anders. Dieses Prachtstück hier bietet Platz für knapp 50.000 Plätze beim Fußball. Wir sprechen hier schon wieder von einem verschließbaren Dach sowie einem Videowürfel an der Decke, wie wir es ja unter anderem auch auf Schalke in der Feltitarina gesehen haben. Hier findet halt nicht nur Fußball statt, sondern auch viele andere Events wie Konzerte oder American Football. All in all finde ich, das Ding hier ist echt schön. Es ist schön modern, es ist schön in einem Waldabschnitt, verbunden mit einem direkten Bahnhof, viel Platz außenrum für natürlich gutes Essen, geile Stände, geile Stimmung. Wunderbar. Boah, was gibt's hier denn Geiles? Ich soll sagen, dass ich mich eher da sehe. Das war im Krankenwagen, ja, in meinem Taxi. Ja, ja. Alter, was gibt's denn hier, Digga? Das ist ja asozial geil. Aber ist Schlange. Das müssen wir essen. 100%. Ha, guck mal. Das riecht so, das riecht wie auf dem Jahrmarkt. Hier gibt's einfach auch Sharp Pharma Baby. Und Schmitzi sagt, wir sollen Schawarma holen. Ja, lieber als den Burger, weil wenn du... Habt ihr das Video schon gesehen von dir heute? Weil hier gibt's auch Burger, wir holen Schawarma. Hallo, würdest du eher den Burger oder den Schawarma empfehlen? Dann nehm ich den Burger. Nee, dann nehmen wir den Burger und den Schawarma. Boah, wirklich? Wir nehmen beides, ja. Das ist der Schawarma und das ist der Burger. Du wolltest Schawarma probieren, also gib ihm böse. Ja, jalla. Das gleiche ist geil, aber die Soße versteht nicht. Was ist das? Probier mal. Die Soße ist irgendwie komisch, ne? Die schmeckt wie ein indischer Schawarma. Ich finde, die Soße schmeckt nach gar nichts. Aber die Soße schmeckt nach Barthiari, das schmeckt nach Indien. Ich finde, die Soße schmeckt nonstop Knoblauch. Ja. Also nonstop mehr nicht. Ich finde auch das Schlimme, das war nur oben und sonst ist eines nur komplett trocken. Der Reis ist trocken. Der Haarad. Komisch, gell? 3 von 10. Ganz komisch. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Burger, Baby. Immerhin hat er viel Käse. Der Burger ist gut. Der Burger ist lecker. Ui. Memo. Das ist echt gut. Ich habe gerade was hier unten gefunden. Guck mal. Hier unten fängt der Salat an. Irgendwas. Also ganz seltsam. Und da unten ist nochmal Soße, diese komische Soße. Ganz unten drin. Der ist saugut, ne? Alter, ist der gut. Alter. Save der beste Stadion Burger, oder? Der ist saugut, oder? Der schmeckt besser als aus deinem Video. Also nur mal kurz als Vergleich, was es hier alles so gibt in Frankfurt zu essen. Da sind zwei Läden. Hier. Und es geht noch dahinten, komplett an der Seite vom Stadion Burger. Das ist grandios. Ich muss aber auch sagen, wir sind hier bestimmt eine Stunde hier und sind erst 10 Meter gekommen. Wir waren erst am zweiten Fall. Wir sind da vorne reingekommen. Guck mal, zum Pissen musst du hier wirklich in den Bunker nach unten gehen, Alter. Heilige Maria. Du musst ja auch erstmal eine halbe Weltreise machen zu dem Pissons. Heilige Maria. Benji, übrigens, suchst du einen Job? Hier kriegst du bei Indeed, kriegst du einen neuen Job. Bei Ingrid, da hat Ingrid bei Indeed ihren Job her. Bei Ingrid, ja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Frankfurt gegen Bochum, Leute. Was für eine geile Sicht von hier oben. Ich hoffe, dass du ein geiles Spiel mit diesem geilen Würfel da oben. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Sicht. Ein geiles Spiel mit Bier, was man eigentlich gut trinken kann, oder? Ja, ist geil. Aber guck mal, wie viel hat er jetzt ausverkauft, oder? Scheint sehr, sehr voll zu sein, ja. Alles voll. Aber wo sind jetzt die Bochumer? Wo sind die Bochumer da unten? Was gibt es eigentlich dem Bier von 1 bis 10? Boah, eine 7. Eine 7? Ja, eine 7. Obwohl es Kronenbacher ist. Also, das schmeckt nicht so wie am Zug. Das war viel geiler. Da stand Kronenbacher drauf, aber hier steht Götze drauf. Ich weiß nicht. Ähm, das Bier macht so Dribbeling wie in meinem Bauch, Nappel. Also, Götze hat nicht so viel drauf, also. Frankfurt! Aber wirklich gute Stimmung jetzt schon, sechs Minuten drin, krass, geil. Hat Neapel nicht gegen Frankfurt gespielt? Ja, aber keine Fans erlaubt. Ja, aber in den Straßenwandern. Ja, ich finde die Szene hier gerade viel wichtiger. Gute Szene, gute Szene. Wen wechseln wir ein? Rode oder Götze? Ich wechsel ein Kamada für Rode. Kamada für Rode. Blau! Irgendwann haben wir alle durchgetrunken, bis einer in den Tor schießt. Würde ich mal sagen. Kamada. Ah, ne, das ist Götze und Rode. Wen hast du da? Haben wir keine neuen Becher gekriegt? Ah, doch, ah, ja, doch, hier. Colomuani und Kamada. Ich denke, das sind ja wie Packs. Ich denke, wir hätten jetzt noch mehr Beholen. Das sind ja wie Packs. Also bisher ganz entspannter Szene, die Minuten, ganz entspannt, 0-0. Geile Stimmung aber von Frankfurt. Ziehen durch, das ganze Stadion ist da. Das ganze Stadion ist Frankfurt, 100%. Kaum gibt es einen Stittaufsong, steht das ganze Stadion. Das ist sehr, sehr geil. Scheiße für Hertha, gut für VfL, 1-0 Bochum. Die kämpfen sich echt aus dem Ausstieg hoch. Die dreckigen Mösser. Elfmeter! 100% Elfmeter! 100% und gelb. Und gelb. Elfmeter für Frankfurt, Freunde. Elfmeter für Frankfurt. Dortmund hast du gesagt eben, oder? Frankfurt. Colomuani ist auch wieder am Start. Er wird das Ding schießen, Freunde. Wirklich, Frankfurt muss heute gewinnen. Das, Hertha, die Klasse hält, Freunde. Was ein Ding hier, wirklich. Die Stimmung schallert hier so rein, wirklich. Es ist so laut hier drin. Das Stadion ist auch natürlich fast ganz zu oben. Was man nicht vergessen darf. Aber geile Stimmung. Frankfurt muss gewinnen für Hertha. Frankfurt muss gewinnen, sag ich euch. Auch in der Halbzeit gibt es hier Essen. Adlerküche, Brezel und die ganzen Stände und den Menschen. Also, Ben hat hier anscheinend auch noch einen Burger. Nur, dass ihr es wisst, so zur Klarheit. Ich habe mit dem Burger nichts zu tun. Wir holen uns eine Pizza. Hier, genau hier. So, soll ich? Jalla, 1 bis 10. Gib ihn. Lauwarm. Kalt. Kalt. Lag wahrscheinlich schon ein bisschen länger da. Ja, Salami ist schon galt groß. Wahrscheinlich, weil die schon sehr lange da liegt. Seit Beginn des Spiels. Aber... Sei ehrlich. Boah, eine 5. Guck mal, die ist einfach komplett... Die hat ja schon... Die liegt da, glaube ich, schon seit der ersten Halbzeit. Die ist komplett kalt. Scheiße. Komplett kalt. Scheiße, Mann. Ich denke, die da ist genau das Gleiche. Rude. Guck mal, die warm. Mir ist die komplett kalt. Also, meine ist warm. Meine ist okay. Probier mal. Die ist voll heiß, ne? Da seht ihr mal den Unterschied. Und das macht einen guten Laden aus. Ein guter Laden hat immer was Warmes. Und schlechter hat mal warm, mal kalt. Von wegen, die Pizza schmeckt lecker. Die schmeckt scheiße. Meine kriegt tatsächlich eine 7 von 10. Die ist lecker. Die ist cheesy. Die ist warm. Meine ist echt lecker. Aber der Alkohol treibt es rein. Ich möchte dieses Stadionwurst bewerten. Sag es mir, okay. Das Brötchen, sehr gut. Was isst du, eine Stadionwurst? Eine Stadionwurst, zwei sogar. Bei Masse fahre sie Jungs und Mädchen. Ich liebe diesen Verein. Frankfurt. Brötchen, sehr gut. Es ist ein bisschen weich. Ein bisschen hart. Perfekte Mitte. Was wir immer machen, man muss einfach zugreifen. Auch wenn es teuer ist. Aber so ist die Inflation, Leute. Auf euch. Schmeckt es gut oder nicht? Es schmeckt wirklich sehr gut. 1 bis 10? Eine 9. Ich würde schon 9. Eine 9. Eine solide 9. Ohne Alkohol wird es natürlich schwierig. Aber dadurch, dass wir im Sternen sind, ist immer Alkohol dabei. Richtig. 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 Solide 6. In dem Sinne, ne? Auf euch, Jungs. Gute. Wir sehen uns. Viel Spaß noch. Wir werden mit dem Mann in euren Box sehen, gell? Safe. Hi. Hey, wir nehmen einen Teriyaki-Chicken-Burger. Danke. Riech mal dran. Nee, ohne jetzt zu... Riech einfach mal dran. Riech gut. Riech nach Chicken-Töner in Kaiserslautern. Nee, guck mal. Die haben so kleine Gurken da reingeschnitten. Wer ist das mit einer Gabel? Also was... Das hieß doch Teriyaki-Burger, oder? Ja, das war ein Burger. Ähm, ich will auch nur dazu sagen, das hat 9 Euro gekostet, das Ding. 9 Euro. Die Burger sind so richtig vom Nicer Dicer. Ja, vor allem das... Äh, die Gurken, meine ich. Ey, das ist ein Döner, kein Burger, oder? Und die Gurken sind richtig vom Nicer Dicer. Cocktail-Soße. Das würde ich nicht mal nach dem Saufen fressen, wirklich. Abbelnett. Ist der jetzt schlimmer als der da hinten? Assi, schlecht. Ach du Scheiß, oh nein. Aber das würde ich einfach nach dem Saufen essen, Digga. Das schmeckt nach gar nichts. Ich verstehe auch nicht, warum da dran steht Burger. Das ist doch ein Döner. Also hier kann man übrigens während dem Stadion einfach mal an den Berg runtergehen, auf Toilette. Mein Bier ist leer, ich brauche was zu essen und was zu trinken. Also hier ist schon fast so Festival-Feeling. Wegen so fetten Toiletten-Dinger noch. Wenn man so erstmal den Berg hier außen runterlaufen muss. Und ich habe im Außen-Kommelettes Bier auf den Bruch. Krass, das ist. Vor allem, guck mal, da ist nur rotes Kreuz. Ja, hier ist schon vorbei. Wunderbar. Und Kronbacher Feld. Also hier auch mit diesen Zelten. Das gibt einem schon einen guten Festival-Vibe. Gib ihm. Darf ich dir was sagen? Ja. Egal wie hoch du heute rollst. Keine Angst, die Bergwaffe ist da. Ja, Käse ist geil. Super über die Pommes gelaufen. Die Pommes sind auch so richtig geile Krosse. Schön aus der Fritteuse geil. Ist auch im Abgang ein bisschen scharf. Guter Hauptgang. Ähm, Etablissement, leider nicht so geil. Ich denke, Schmitzi-Rosin muss da noch ein bisschen was machen. Was ist mit Käse jetzt? Schmeckt gut. Pommes sind gut. Pommes sind gut, ne? Pommes sind gut, gut gebürzt. Also das waren die Cheese Fries, ne? Erst mit Guacamole. Ja. Sau lecker. Die sind richtig geil stark. Die sind sausalzig. Ich finde das abstand. Sau gut. Das Beste, was wir heute gegessen haben. Safe. Wirklich. Die sind echt lecker, die Pommes. Wow. Weil das sind Jalapenos und, äh, wie heißen die Zwiebeln? Diese knusprigen Zwiebeln halt. Crispy Zwiebeln. Das ist jetzt mit allem. Scharf und geil. Das ist geil, gell? Alter. Die Pommes sind auch saugeil. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal vorbei und sagen, dass das Beste, das war, was wir heute gegessen haben. Das war wirklich bisher mit Abstand das Beste, auch wenn das schon, es war schon asozial salzig jetzt im Nachhinein. Von diesem Döner wurde ich heute gewarnt, Freunde. Ihr könnt froh sein, dass ich schon so viel gegessen habe, dass ich echt nichts mehr kann. Der soll so bodenlos sein. Also hier in Frankfurt gibt es echt so viele Essensstände, die machen es perfekt richtig, finde ich. Einzelne Stände, die ihr Essen anbieten und nicht nur direkt in der Arena drin. Sehr, sehr geil. Sollen wir denen gerade mal erzählen, dass wir auch gegen München, gegen Paris auf dem Feld standen? Ich glaube, die lassen uns durch, oder? Ich glaube auch. Soll ich mal fragen gehen? Ja, frag mal. Also wir können eigentlich im Ansatz alles testen, aber die Auswahl ist schon krass. Auch wenn es meiste bisher nicht so überzeugt hat tatsächlich. Also was auf jeden Fall richtig geil ist, ist, dass man einmal ums komplette Stadion außen rumlaufen kann. Das fühle ich wirklich sehr. Man hat die ganzen Stände hier, aber auch leider viele Scheißstände. Nein, du machst Stadionsblock. Wie hat dir das Essen geschmeckt? Also geht so, mal geht so, wenn ich ehrlich. War es dein Lieblingsessen? Ich esse ihn nicht. Und du saufen, gell? Wie heißt es nochmal dein Kanal? Game of order. Im Frühjahr, waren wir 2016, alle mit FIFA 16, 17, habe ich noch FIFA Videos von dir gemacht. Das ist schon lang her, Digga. Das war auf jeden Fall mit diese, mit, wie heißen die nochmal, diese zwei. Diese Schuhe. Genau, da habt ihr diese, soll ich Opfer, ne? Ja, das war dann, was heißt Opfer, aber Videos haben gebockt. Währenddessen ich FIFA gezeugt habe, habe ich euch am Fernseher angelehnt. Und alle, und auf eure Dings, diese, habt ihr diese, wie heißt es? SWB. SWB, dieses, äh, danach ihr musstet so abstoßen, diese, äh, ein Spieler und so, den krassen Spieler, wenn der so ausgewählt hat. Aber auf jeden Fall geil. Scheiß mal auf Getränke, scheiß mal auf Riller. Es zählt, das Einzige, was zählt, ist wie gesagt nur die Stimmung hier. Das ist geil. Braucht ihr es nicht so sagen, wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Ich bin da nicht so. Aber wie gesagt, Eintrads, meine Liebe, ich bin seit 2015 hier Mitglied, 2017 Dauerkarte. Geil. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, es gibt eine gute Verbreitung auf YouTube. Aktuelles Ding 1-1. Gute Stimme. Gute Stimme. Die Fans von beiden Vereinen gehen auf jeden Fall, Gustav, vor allem Frankfurt. Durchgängig, hitzig, wenn wirklich. 1-1 aktuell und jeder im Stadion ist heiß. Hier sind keine Event-Fans gefühlt. Hier ist alles heiß wie Fan-Fan. Erstes Stadion, wie fandst du es? 1.5 Sterne. Kannst du mir vorher sagen, Essen, Stimmung, worum geht es denn jetzt hier? Einfach allgemein. Stimmung, Bombe. Insgesamt, wie fandest du heute die Erfahrung Frankfurt gegen Bochum? Geiles Spiel, geiles Stadion, aber die Currywurst, die... Wir haben gar keine Currywurst gegessen. Ich wollte eine Currywurst essen, aber da hast du mir ein Bier über die Schuhe gekippt und über die Hose. Also nochmal für den Vlog, Apfelwein im grünen Stand bodenlos, Pizza im... Der Bus, sehr, sehr geil. Also hier, wirklich da hinten, sehr zu empfehlen. Alles wirklich sehr, sehr geil. So Freunde, wir sind jetzt wieder zurück bei Schmitz in der Wohnung. Kurzes Resümee von heute. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss auch ehrlich sein, ich fand es ein bisschen überbewertet. Man hört ja immer so viel von Frankfurt sei die krasseste Stimmung in Europa, Frankfurt sei so geil. Und ja, Frankfurt war nicht schlecht, aber war es das krasseste? Würde ich nicht sagen. Also wirklich ganz normal betrachtet. Es war cool, aber es war nicht krass. Ich weiß, du fühlst dich ein bisschen wie nichts wie zu Hause. Ich hab hier ein bisschen Berlin dabei. Lass ein bisschen Berlin noch trinken. Die gab es nicht in Frankfurt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, eure Erfahrungen zu Eintracht Frankfurt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und schaut bei TikTok und Instagram vorbei für die endgültige Bewertung. Bewertung dieser, diesen Strips. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss, Sikowski. Es war mir eine Ehre heute, Frankfurt. Geil. Eure Schals. Choc Güzel. Eure Fans. Sehr, sehr nett. Sehr sympathisch. Euer Essen. Da gehen wir nochmal rüber. Da gehen wir 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 rüber.